Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Village, wo wir letztes Mal das Ende besucht hatten. Und jetzt nachdem das Ende geklärt ist, finde ich, sollte ich mal noch den Rest der Karte klären, quasi gewissermaßen aufklären. Deswegen werde ich jetzt in dieser Folge zumindest, vielleicht noch in der nächsten, einmal ein bisschen wieder rumlaufen und hier den letzten Teil von dieser Karte noch aufdecken. Ja, im Dorf ist ein bisschen was noch passiert, also auch nicht so gute Sachen. Wir hatten ja jetzt hier unseren eigenen NPC-Dorfbewohner im Dorf aufgebaut, die sind aber irgendwie verschwunden. Also ihr habt ein paar eben gerade noch bei mir im Haus gesehen, aber diese ganzen Wohnhäuser hier, die wir für die vorbereitet hatten und wo teilweise richtige Masse von denen war, stehen alle leer. Warum das der Fall ist, ist uns selber unklar. Also ich meine, es gibt da verschiedene Sachen, die da passiert sein könnten. Es ist möglich, dass die irgendwo runtergefallen sind und dann da dran gestorben sind alle. Ja, ich weiß es nicht. Also es sind halt nur die weg, die nicht bei mir eingeschlossen waren, weil ich hatte noch aus Versehen welche bei mir in meinem mega super Geheimkeller eingeschlossen. Und die haben halt überlebt, die habe ich da jetzt wieder rausgelassen, deswegen sind die jetzt bei mir im Haus. Und die restlichen sind aber irgendwie nicht da. Weil, um mal zu verhindern, dass die aus irgendwelchen Dummheiten gestorben sind, weil unser Dorf ist nicht besonders idiotensicher gewissermaßen. Ja, also in unserem Dorf gibt es halt viele Stellen, wo die halt hingehen könnten und sich zu Tode stürzen könnten. Das ist vielleicht nicht so besonders gut für die, weil im Zweifelsfall machen die das. Ja, die haben da keine besonders gute Sicherheit dagegen, dass sie das nicht mehr machen, insofern die das können. Deswegen haben wir in der Zwischenzeit sozusagen ein richtiges NPC-Dorf, beziehungsweise vielleicht wird es mal eine Stadt, wer weiß, aufgebaut. Und das werde ich jetzt auf dem Weg noch mitnehmen, weil das liegt so ein bisschen auf dem Weg dahin, wo ich eh hin will. Wo laufe ich jetzt eigentlich lang? Warum laufe ich jetzt hier den Berg hoch? Das ist ein bisschen dumm von mir. Kann ich irgendwo runter? Oh oh, Geronimo! Okay, gut, das lief ja noch. Diese Stadt liegt ein kleines Stück westlich und ganz wenig nördlich von unserem Dorf, deswegen werde ich da jetzt langsam mal hingehen. Es ist aber gleich wieder nacht. Ich habe ein Bett dabei, glaube ich, ne? Gut. Ja, und ich wollte Musik anmachen, habe ich auch vergessen. So. Oh. So, jetzt ist es aber, glaube ich, langsam mal dunkel genug für Schlafenszeit und so. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was mit dem Dorf passiert ist. Es gibt da diverse wilde Theorien. Und hoffentlich hat die nicht jemand aus Versehen oder absichtlich umgebracht. Also ich glaube es nicht, aber man weiß ja nie. Jedenfalls, deswegen haben wir ein neues Dorf aufgebaut. Für den Fall, dass das durch Zombies war. Ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass wir irgendwelche Zombie-Invasionen hatten, die Zombies die Türen in Frieden gelassen hatten und einfach die Dorfbewohnung umgebracht haben. Weil wir haben schon beobachtet, dass die oft nachts auch draußen rumgelaufen sind, obwohl es eigentlich sinnvoller für die gewesen wäre, wenn sie in den Häusern sich aufgehalten hätten. Deswegen, tja, ich weiß nicht. Ich habe aber bei den meisten Türen darauf geachtet, dass die Innenseite wirklich auch da ist, wo ich als Mensch die Innenseite verorten würde. Weil ich, wie ich das in dem Video zu dem Hausbau erklärt hatte mit den Türen, das ist manchmal so ein bisschen kompliziert. Manchmal, wenn wir so denken würden, dass die Innenseite von irgendeiner Tür halt im Haus ist, ist das für die Dorfbewohner nicht unbedingt der Fall. Deswegen, vielleicht lag es auch in sowas, dass deswegen irgendwelche Dorfbewohner dachten, die Innenseite wäre eigentlich da, wo es außen und gefährlich ist. Dann wurden sie von Zombies abgeschlachtet oder sowas. Man weiß es halt nicht. Es ist halt so, da kann so einiges schiefgehen mit Dorfbewohnern. Juch. Oh oh. Shit. Das war nicht so intelligent. Ähm, sorry. Ich muss erst mal was essen. Ich weiß nicht, ob ich genug Essen überhaupt dabei habe. Für so ein Scheiß. Hm. Da komme ich am intelligentesten wieder nach oben. Das ist zumindest hell. Und ich habe Steine dabei. Na gut. Schwupp. Vielleicht sollte man doch nicht erzählen, wenn man irgendwo langläuft. Naja. Dann komme ich jetzt rüber. So. Hier ist es ja nicht rüberkommen. Also hier, bevor ich runtergefallen bin, meine ich. So. Gut. So. Vorsichtig sein hier. Sorry. Wollte hier nicht nochmal runterfallen. Also wenn man das erste Mal runterfällt, dann war es ein bisschen dumm. Ja. Aber wenn man das zweite Mal, dann ist es richtig dämlich. Also. wenn sie ehrlich sind das dahinten von gebilder sehr seltsam ich glaube ich bin noch gar nicht weit genug westlich das dorf also für die stadt vielleicht hätte ich einfach hinter den porten können wir haben ein teleporter dahin ich dachte aber ich zeig den weg und lauf dahin weil ich dachte dass ich es wieder finde aber anscheinend habe ich mich gewirrt was ist das denn hier andrenas sims 4 haus ja wir haben auch noch neue lustige mods installiert so dass man container abschließen kann ich weiß nicht wieso er jetzt hier seinen baumaterial container abgeschlossen hat ja das müsste eigentlich hier irgendwo sein wenn ich es nicht auf die schnelle finde dann lasse ich es einfach dann erforsche ich einfach und zeig das irgendwie im anschluss oder sowas so wuch ist eine decke oben drüber ich bin nicht sicher ich dachte das müsste hier irgendwo sein da hinten vielleicht wenn das einfach nur irgendeine säule ob man diese komischen säulen aufbaut ja ich weiß es nicht das versuche ich jetzt danach ich gucke mich nur einmal um ich gucke mir einmal nur kurz um tschuldigung ich bin mir bewusst dass ich das besser hätte vorbereiten sollen ich dachte ich finde das so einfach wenn ich einfach nur zur westen gehe und eine kleine stunde morgen aber anscheinend habe ich mich ja ich weiß es nicht erscheint finde ich es nicht dann gehe ich einfach mal weiter ich wollte jetzt den rest der karte erforschen machen wir das jetzt einfach mal vielleicht finde ich es auszusehen auch auf dem weg ja also ausschließen kann man es nicht ja sprach ich und ich fand es ja lalala ja was ist das hier eigentlich what the fack hä das ist zum geier soll das hier sein eine behausung für kühe ne aber wenn ich eh schon mal hier bin dann kann ich eben eine nahrungspolitik ein bisschen auffrischen gibt es glaube ich noch nahrung ja ja dieses dorf haben wir aus dem nichts wieder aufgebaut also wir haben halt wieder bayer und ich haben halt wieder des nachts uns hier rum getrieben und äh zombie dorfbewohner bekehrt ja so wie wir das immer machen mittlerweile sind es ein paar mehr ja also mittlerweile sind das ziemlich viele äh besser genauer gesagt wie sieht es denn hier aus das ist ein bisschen schärfer ich fahrt eigentlich an die vorräte hm nein 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 ich schaue noch hier mal was Erde Holz was muss ein bisschen Apfel hm irgendwo gab es noch mal was zu essen hm vielleicht denn das Zombies gleich oder steht das am Teleporter kann sein das was in der Kiste am Teleporter ist so whoop rüber wum naja ich nehme hier die Steaks mit ha genutzt die Steaks abgezogen jedenfalls hier gibt es jetzt ähm wird jetzt unser unserem Markt heißt das wird ja aufgebaut hier wird hier können wir auch unsere unsere Erzeugnisse verkaufen andere Erzeugnisse von den Dorfbewohnern einkaufen also sozusagen so unsere benachbarte Stadt die vor sich selber dahin siedelt das ist so der langfristige Plan dass hier so eine Art Handelsstadt entsteht wo wir halt unsere Erzeugnisse von uns auf dem Dorf verkaufen können und hier gibt es halt jede Menge NPC Dorfbewohner das ist so der ungefähr der der langfristige Plan Wann und wie weit wir das umsetzen das ähm ja sehen wir irgendwann wenn wir dazu kommen Hä? aber schon ich meine wir haben jetzt im letzten Livestream haben wir das quasi aus dem nichts aufgebaut mit mit die jede Menge Häusern und und Dorfbewohnern besetzt also von daher manchmal geht es schneller als als man das denkt manchmal dauert es länger also ja man weiß es nicht da kann man irgendwie so schlecht so äh Schätzwerte liefern weil bei so einem Community kann es manchmal sein dass da viele Leute auf einmal Lust haben was zu machen und dann geht es ganz schnell und manchmal oh ne ich hab jetzt mit keine Zeit und ne oder manche Leute melden sich halt einfach gar nicht und dann geht das halt nicht ne deswegen tja schwierig zu sagen so gut jetzt habe ich die ersten fast 10 Minuten damit vergeudetes Dorf zu finden tut mir leid jetzt schon ein bisschen rum hoffen aber was haben wir nicht ne tolles immerhin ganz nett der Wald hier finde ich ich mag diese Wälder mit diesen schönen. großen Duc-Oak bäume und so finde ich sehr ästhetisch amüsierend wollte ich sagen Ich wollte eigentlich Das Video so, das ist so wieder Mein persönliches Sprachproblem Meine Kopfsprache ist in der meisten Tagen Englisch Deswegen habe ich so intern Hab ich gedacht, ja Ich bringe jetzt die deutsche Die deutsche Entsprechung für Aesthetically pleasing Und dann habe ich darüber nachgedacht Was ist da jetzt eigentlich die Entsprechung? Ist hübsch anzuschauen Wahrscheinlich wäre so das Richtige gewesen Das ist manchmal so mein Sprachproblem An den meisten Tagen Naja Passiert Wups Okay Das Loch will ich mal hier um Moppen laufen Das ist ein Instinktreflex von mir Wenn irgendwas komisch aussieht Erstmal Schwert in der Hand Dann nachdenken, was man nächstes macht Außerdem verdeckt das Schwert halt nicht so viel Von Bildausschnitt Mit der Karte in der Hand Dann sieht man halt das Sachen auch nicht so gut Deswegen war es das Hauptziel aus Ein bisschen die Karte da aus der Hand raus zu kriegen Lecker Äpfel Und ja Ist dann einfach so eine Angewohnheit Die man sich irgendwie Nach dem vierten Hardcore Server Mit Auto löschen Und so Es gibt halt diesen einen Spielmodus Ich glaube der heißt Hardcore Da bin ich ganz sicher Wo quasi Survival Regeln sind Und darüber hinaus Sobald man stirbt Wird der ganze Spielstand quasi gelöscht Wo Leute denken so Hä was ist das denn vom komischen Modus Hier Ich will doch nicht hier Wenn ich sterbe Hier gleich alles verlieren Und so ja Aber ich finde mir Also so Leute wie mir Macht das halt manchmal Spaß Einfach so Zu lernen Welche Risiken kann man wie Tragen einschätzen Und wie läuft das Ich finde das sehr Unterhaltsam Also ich mache das natürlich Nicht auf irgendwie Welten Wo ich irgendwelche tollen Sachen bauen will Sondern halt einfach so Um zu schauen so Ja wie Gut komme ich einem In dem Spiel zurecht Und dafür finde ich halt so Survival Hardcore Finde ich halt nicht schlecht Das wundere Nacht Na komm komm schon Komm jetzt Los Das Mann Immer noch nicht Dann halt nicht So Jetzt auch Oder So Dann geht es weiter Doch Komm ich nicht durch Okay Noch ein weiter Ich komme auch nicht durch Dieses Dichte Dichtige Esst Hier überall Komm mal irgendwo durch Ich sehe das War ich ein bisschen zu euphorisch Am rumspringen Habe ich nur Eindruck Mach ich mir einfach mal Hier zu ihrem Weg Hinten hätte ich rüber gekonnt Egal So Immer diese Immer diese Kennen jetzt überall Lebensgefährlich Ganz lebensgefährlich So Was haben wir hier denn hübsches Und gehört es heute nicht mit Final Fantasy Musik auf Ich weiß es nicht Weil in der Playlist sind viele Viele Final Fantasy Inspirierte Lieder Vor allem Von Final Fantasy 6 Teilweise auch 7 Jetzt kommt das Krasseste von denen Naja Ich mag es Es ist immer sehr langes So 13 Minuten Die meisten Leute Ist das Zu lang Mich ist es Genau richtig Aber ich mag auch Tendenziell So Musik die müssen längere Lieder hat Als 3 Minuten Also von daher Ich höre gerne Postrock Musik Da gibt es Also von der Archetypischsten Postrock Band Wenn man sich vorstellen könnte Explosions in the sky Grüße an dieser Stelle Nicht dass sie das Video schauen würden Die machen halt auch so im Schnitt so 7 Minuten Lieder Ja ich finde das auch total total nett Ich finde halt so Aufbau und Steigerung und sowas Finde ich das sehr nett Und wie gesagt Also da gibt es halt so dieses Archetypus verkörpert durch Explosions in the sky Die halt so 5 bis 7 Minuten Lieder machen Also was so ein bisschen länger ist Als so der Normale Usos bei Bei Popmusik Und ein kleines bisschen länger Als der normale Usos bei Rockmusik ist Und dann gibt es noch die ganz schlimmen Fälle Ja zum Beispiel Eine sehr lustige Band Mit dem Mit dem sehr tollen Namen Godspeed You Black Emperor Ähm Die So eher so 20 Minuten Lieder machen Aber das als lieb zu bezeichnen Das ist ähm Relativ Weit hergeholt finde ich Weil Also die selber sagen auch nicht Dass man das mit normalen Liedern Vergleichen sollte Sondern dass das halt eher so Arrangements Oder wie sie es nennen Movements sind Die halt in einzelne Subteile aufgeteilt sind Also von daher Ja Aber wie gesagt Deswegen ich mag lange Längere Lieder Jetzt um wieder den Kreis zu schließen Ja Das Lied was jetzt läuft Ist irgendwie lang Weiß nicht ob ich die Folge jetzt daraufhin ausdehören Bis das vorbei ist Wahrscheinlich schon Jedenfalls Ähm Ja Daher ich mag lange So was haben wir hier eigentlich Ist ja auch hübsch Ein bisschen Berge Wasser das hier an der Seite rausspudelt Gefällt mir Vielleicht baue ich meine mega geheime Burg hier irgendwie auf der Berkspitze Wenn jeder Trottel eine Burg baut dann muss ich da auch eine bauen oder? Dann muss der große Trottel auch eine bauen Ne? Ne? Häschen Hallo Komisch noch vorhang hier Hört auf einmal da nichts auf Da steht auch was im Nichts Wahrscheinlich gerade so an der Chunk Grenze Da schwebt auch wieder was in der Luft Ist ja geil hier Ah ja Die schwebenden Berge Ich seh's Ach oder kommt da noch was? Ach vielleicht kommt auch noch was Vielleicht auch nicht Hups ich lauf zu weit in Richtung Süden Hm 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 So jetzt muss ich hier mal hoch Tut mir leid So Ja Komm ich schaff's Ich schaff's nach oben Auf die Berkspitze Wir werden da erstmal verschlaufen Puh Ach genau Knapp unter der Wolkendecke Da hinten kämen wir noch weiter hoch Und quasi an die Wolkendecke Nicht schlecht Wie hoch ist das jetzt? 118 Nicht schlecht Respect So jetzt sind wir in den Wolken La 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 Und über den Wolken Wee Geil Wenn ich hier irgendein Haus baue Dann findet das keine Sau Wenn das in den Wolken versteckt ist Hier auf dem Berg Hm Geil Fällt mir So Jetzt muss ich hier wieder runter Das ist natürlich der Der Negativteil von Äh Extra hier hochlaufen Jetzt muss ich auch wieder runterlaufen So Das ist auf einmal eine Steppe Süß Hier die mega hohen Berge rum Und dann geht da unten Geht's mit der Steppe weiter Ah Süß So wie kommen wir denn hier runter Huch Ist ja vielleicht nicht zu Steil nach unten irgendwo Hallo Da vielleicht So Runter Da runter So So gut Hups War alles so geplant Und das Das auch So 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 Dann haben wir jetzt den Fitzee hinten gleich Ja Ein Stück muss ich noch Mist Dann hast du noch so eine Felswand Die sich mir in den Weg stellt Ah Felswand Jetzt meine Päne durchkreuzen Ich seh das Ich seh das Felswand Ah Hups Schräg rüber Nein Jetzt verkacke ich so Da So Jetzt haben wir's glaube ich Moment Okay Okay Ich mag das Die wissen Und läuft Also immer dann Wenn man denkt So jetzt gleich ist es doch Vorbei Jetzt war es doch Krass genug Wird's immer noch krasser Ich mag sowas Postdruck halt Ich bin halt jemand Der leidenschaft Gerne Postdruck Hörte Dann hier so eine Lieder Mit Motiven Die Inspiriert sind Von Spielen Die ich mag Plus Postdruck Zusammen Das ist schon Das ist schon Ein ganz großes Kino Aber wenn das Vielleicht ein bisschen Zu übertrieben Oder so Irgendwie Naja Geh ich jetzt erst ganz mal Süden Oder geh ich gleich wieder Nach Westen ab Doch ich biege gleich wieder Nach Westen ab Weil irgendwie sollte Meine Reise In der Nähe Der Stadt enden Da kann ich mich dann nämlich Zurück teleporten Wenn ihr das nicht seht Ich meine ich laufe natürlich Zurück Meine ich meine ich Aber hab ich doch gesagt Ich laufe zurück So und geht jetzt hier noch Westen Und sage ich so wieder Nacht Ist ok 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 Ja und die meisten Glieder Hätten an dieser Stelle Aufgehört Nur mal einmal so Von Farbe Und dann Hät es nicht aufgehört Nein Hier nicht Ja und die meisten Glieder Dann machen wir Kefka, gib mir Kefka, wir sind mit der Kefka. So, kommt hier wieder hoch, dann kann ich fast wieder in Richtung Süden gehen. Hier gehts tief runter, ok. Ich habe das aus dem Augenblick nicht gesehen, deswegen musste ich das mal hier visuell abchecken. Checken, check, check. Schwarz hieß hier. Brennst da hinten? Oh. Das muss man mal auschecken, was da los ist, warum da der Wald brennt, was? Ich glaube, ich check das aus, wenn ich geschlafen habe. Oder? Ich kann nicht schlafen. Da. Ich kann nicht. So, was haben wir hier denn? Ach, hier ist Lava wahrscheinlich, ja. So, hier brennt jetzt der Wald ein bisschen neben uns ab. Tut mir fast leid. Aber ich schlafe jetzt erstmal hier ein bisschen. Ist wenigstens schön warm hier, ne? So neben dem Lava-Becken schlafen. Warum nicht? So lange das Bett nicht abbrennt, ist alles in Ordnung. Ist ja auch lustig. Schläfst du hier und auf einmal brennt dein Bett ab. So. Ich könnte die Lava jetzt mal löschen bringen, aber... Ja. Die Lava hat auch Gefühle, ne? Ich möchte auch hier einfach bloß vor sich hin kuckeln, ne? Also, deswegen fände ich das ein bisschen gemein, wenn ich die jetzt einfach hier löschen, ne? Ich meine, um die Bäume tut es mir auch leid, ja? Also, deswegen habe ich da irgendwie so ein moralisches Problem, so auf wessen Seite ich sein sollte. Auf der Seite Bäume oder auf der Seite Lava. Deswegen halte ich mich da raus, ja? So. Da brennt es schon wieder. Was ist denn hier los? Huh. Wups. Ich komme hier hoch, danke. Da komme ich nicht durch. So, ich mache. Tja, gut, damit ist das Lied vorbei Deswegen, bevor irgendwas Neues passiert Mache ich das jetzt mal kurz aus Und ich sage mal in der nächsten Folge Gucken wir hier, wie es hier weitergeht Dahinten geht wieder eine Steppe los, schade Ich finde diesen Ball eigentlich sehr nett Aber das schauen wir dann beim nächsten Mal Ich sage mal, bis zum nächsten Mal Bis dann, tschüss Tschüss